Was ist das Problem? Wenn wir ganz streng werden, müssten wir sofort unterbrechen und sagen, nein, 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 das stimmt gar nicht. Man hat noch gar nicht gehört, was der sagt. Der hat nur gesagt, also mein Problem ist folgendes, nein, 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 das stimmt nicht. Wie, stimmt nicht? Naja, also wenn wir jetzt so drauf wären, macht man natürlich nicht. Wenn wir jetzt so drauf wären, dann würden wir sagen, nein, nein, die haben den Satz falsch angefangen, das geht hier schon ganz falsch los. Sie müssen sagen, meine bisher falsch gefundene Lösung ist folgende. Weil wenn er was sagt, benutzt er Worte, hatte vorher Gedanken dazu. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Er wollte eigentlich sagen, mein Problem ist folgendes. Ich habe vor drei Jahren Prostatakrebs gehabt und jetzt hat der Abstrich ergeben, dass es schon wieder ganz schlimm ist. Wir müssen sagen, stopp. Sie müssen das so sagen und so sehen. Ihre bisher gefundene falsche Lösung war, dass sie einen Prostatakrebs gehabt haben. Und der sich jetzt auch noch verändert hat. Dieser Mensch, jeder der vor uns ist und uns was erzählt, spricht von Formen, von Auswirkungen, von falsch gefundenen Lösungen. Das ist nur alles, das ist eins zu eins. Wir haben immer diese beiden Seiten, Ursache, Wirkung, Lösung, Problem. Ihr könnt euch diese, das so, auf den Skripten und so habt ihr sowas. Da sind noch viel mehr Polaritäten aufgezählt. Wenn uns jemand was erzählt, wird er ja nie von Problemen. Wie denn? Die haben gar keine Form. Die können gar nicht formuliert werden. Die können nicht formuliert werden. Wenn da was formuliert wird, was natürlich möglich ist, dann ist das aber nur eine negative Lösung. Die normalerweise vom Menschen mit dem Problem, was er hat, verwechselt wird. Das ist keine Haarspalterei. Das ist aber sehr wichtig für uns, das zu wissen. Weil wenn wir das nicht wissen, können wir Probleme und Lösungen, oder Lösungsweg sogar, überhaupt nicht auseinanderhalten. Wir irren im Geburtsbild umher und wissen überhaupt nicht, wie, was, wovon redet. Das ist sofort alles verloren. Alles. Wenn jemand zu uns redet, dann redet er von Formen, von Auswirkungen, von Lösungen, allerdings von Negativen. Er redet nie von Problemen. Und wir, also er redet auch nie von, das heißt, nie von Ursachen. Also jedenfalls nicht von der tiefsten Ursache, die wir später bei Deutungsmethodik im Geburtsbild erkennen können. Wir können die tiefstmögliche Ursache, so wie es astronomisch möglich ist, in einem Geburtsbild erkennen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, mein Problem ist ein Geilenstein und das liegt daran, dass ich so dauernd übersäuert bin. Der Satz ist falsch in ganz vielen Aspekten. Ja, natürlich, ja, der ist komplett falsch. So, erstens ist es nicht das Problem, sondern die Auswirkung eines Problems, der Geilenstein, ja. Und, dass der übersäuert war, ist keinesfalls die Ursache. Also, das ist nur eine weitere Auswirkung von irgendeiner anderen Ursache und so weiter und so weiter. Also, die Ursachen von, also manche Menschen sagen ja, ja, also, das liegt daran, dass ich, also so Ursachenbeschreibung, ja. Oder weil das so und so war, ist es jetzt so und so. Ich habe mich falsch ernährt und deshalb habe ich jetzt im Namen gespürt. Ja, aber warum hat man sich denn falsch ernährt? Man kann immer weiter zurück und was wir im Geburtsbild erkennen können, ist im Grunde genommen das, was wir später bei der Deutungslehre die sogenannte primäre Ursache nennen werden. Ich kann nicht ausschließen, tue ich nie im Leben, bin ich der liebe Gott. Das ist hinter dem, was wir hier mit primärer Ursache bezeichnen, nicht noch weiter, weiß ich nicht. Aber das Geburtsbild sagt, so, an der Stelle ist Schluss. Das ist die nachweisbar primärste, erste Ursache von allem, was dann nachkam, die ganzen Ursachen wirken, Ursachen, Wirken, Ursachen, Wirken. Und am Ende steht im Moment vielleicht, dass der Geistellte hat, aber der Magen gespürt hat, keine Ahnung. Also, das ist jetzt so ein körperliches Ding. Kein Mensch kann von Ursachen reden, weil wir haben ja mal gesagt, Ursache entspricht zweiten und vierten Quadranten. Ursache ist nicht Form. Ursache ist Inhalt. Und wir können später im Geburtsbild Ursache und Wirkung eindeutig bestimmten astrologischen Merkmalen zuordnen. Und das heißt, weil wir das können, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wenn wir auf die Ursachenebene gucken, im Geburtsbild, für eine bestimmte Auswirkung, die uns der Klient vorher erzählt hat. Im Sinne einer negativen Auswirkung, ja, einer negativen Lösung, Falschlösung. Wenn wir da auf eine Ursachenebene gucken, dann gibt es eine ganz wichtige Regel, ich sage das jetzt alles schon mal vorab, weil es irgendwie auch hier reinpasst. Dann dürfen wir die Ursachenebene, obwohl wir das ja irgendwie sprachlich zum Ausdruck bringen müssen, sonst müssten wir ja, wenn der uns nach der Ursache fragt, müssten wir ja ganz, ganz sagen. Ich kann nichts sagen, ist alles falsch. Natürlich müssen wir was sagen, ja. Wir müssen auch das eigentlich Unsagbare sagen, ja, sonst können wir uns ja nicht mehr unterhalten. Also wenn wir aber was über die Ursachenebene sagen, dann gibt es eine ganz, ganz, ganz wichtige Regel. Wenn wir die jemandem beschreiben, also die Ursache betrifft ja immer die Frage, warum? Warum? Warum habe ich das oder warum bin ich so und so oder warum geschieht mir dieses und jenes? Das ist immer die Frage, warum. Dann dürfen wir die Antwort, die muss in einer Weise gestaltet werden, dass wir sie entpersonalisiert, entpersonifiziert beschreiben. Weil jede Person, die in dieser Beschreibung auftauchen würde, ist eine Form, hatte eine Gestalt, passt nicht in die Ursache. Stellt euch mal vor, jemand kommt und, alles ganz einfach, sagt, ach ich bin depressiv so. Warum? Jetzt gucken wir ins Geburtsbild und sehen, Mama hat dich nicht lieb gehabt. Wenn wir jetzt sagen würden, na, das liegt daran, dass Mama dich nicht lieb gehabt hat. Kompletter Blödsinn. Kompletter Blödsinn. Was wir sagen müssten, wäre zum Beispiel, du fragst nach deiner Depression, warum? Dein Geburtsbild sagt, dass du, als du auf die Welt kamst, als ersten Eindruck hattest, dass es für dich keine Liebe gibt. In dieser Welt. Das ist entpersonifiziert. Unabhängig davon, dass das Objektiv durchaus sein mag, in so einem Einzelfall, dass die Mama den nicht lieb gehabt hat. Natürlich. Kann aber auch nicht stimmen. Ist ja jetzt ganz egal. Aber das ist eine entpersonifizierte, das ist die entpersonifizierte Beschreibung einer Ursache. Diesen Fehler dürft ihr später nie machen. Das ist echt ein Fehler. Weil wenn ihr von der Ursache sprecht, sprecht ihr von etwas, was keine Form hat. Und ihr seid schon an dem Rand des Unmöglichen, wenn ihr das überhaupt anfangt zu beschreiben. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also wenn man in einer Beratung, sage ich jetzt auch mal schon vorab, gefragt wird, warum? Wieso? Wenn jemand also was von der Ursache wissen will, dann ist es zwar rein technisch gesehen ein leichtes für uns, die im Geburtsbild zu sehen. Kein Problem, ist ganz einfach. Das kann ich hier in zwei Minuten erklären. Ganz einfach. Aber die große Herausforderung ist, die Ursache dann mit Worten so annähernd genau, wie es irgendwie geht, so zu beschreiben, dass sie der Wirklichkeit dieses Menschen im Sinne seiner Ursache auch wirklich entspricht. Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Nicht nur, weil man das entpersonifiziert, weil das ist viel leichter, wenn man das irgendwie an Personen aufhängen kann. So Mama, Papa zum Beispiel, ja, die stehen ja für alles, wirklich so. Das ist ja nicht falsch. Aber wenn man auf der Ursachebene was beschreibt, dann darf man das nicht auf Personen, weil das ist sofort eine Form. Man muss es versuchen, in so einem übertragenen Sinne zu formulieren. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Diese Ursachebene, und bitte, wenn ich davon spreche, spreche ich weiter vom zweiten und vierten Quadranten. Könnte es alles hier eins zu eins übertragen. Diese Ursachebene ist, weil sie eigentlich nicht denkbar und nicht formulierbar und nicht ausdrückbar ist. Das heißt, einzig und allein erfahrbar. Ursachen können nur erfahren worden sein, weil sie liegen sowieso in der Vergangenheit, ja, immer. Haben wir ja auch schon alles gehalten. Sie können nur erfahrbar geworden sein. Und in unserer Formulierung über Ursachen, wenn uns da jemand konkret fragt, das ist mir die schwerste Aufgabe, die wir astrologisch haben, dann müssen wir versuchen, eine Fremderfahrung in genau die passenden Worte zu kriegen. Halleluja! Und wenn wir das schaffen, kommt es an. Wenn wir es schaffen, im Sinne, dass wir da die Wahrheit aussprechen, sogar mit Worten. Aber das, was das Wort transportiert, diese Wahrheit, das kommt an. Und dann entsteht etwas, was man gegenseitiges Verstehen nennt. Und damit entsteht in dem Moment Vertrauen. Vertrauen ist wichtig im Gespräch. Ich habe noch jetzt eine kleine Frage. Wenn du einen Patienten hast, der jetzt schon sich unglaublich lange mit sich selber beschäftigt hat und in diesem Themenkomplex, die Mutter hat ja nicht geliebt, schon drin ist und da schon durchaus Vermutungen oder was irgendwie darüber gesprochen hat, ja, oder eine therapeutische Erfahrung schon hat, wäre das dann ein anderer Fall, wo du das sozusagen rauskitzeln würdest, ob er sich damit so befasst hat, dass du es mit Sachen kannst? Also ganz hilfreicher wäre es ja vielleicht schon, das Kind beim Namen zu nennen, oder? Da ist ein Mutter-Sohn-Konflikt zum Beispiel. Als man hat zu Anfang des Lebens keine Lieberfahrung, wenn vorausgesetzt jemand hat sich damit schon was in der Arbeit gesetzt. Also ich muss es zugeben, ich hoffe, es ist nicht genau. Also ich habe dir natürlich zugehört, aber ich weiß nicht genau, was du eigentlich fragst. Also dieser Mensch redet, also der sitzt da und sagt, meine Mama hat mich in Lieb gehabt? Genau, also der sagt es so deutlich nicht, aber er sagt, er hat ja irgendwelche Konflikte schon gehabt. Okay, weiter. Und das ist die Konstellation, Mozart-Ton, und würdest dann sagen, also nicht generell mehr, sondern würdest dann, die Frage ist, würdest du dann so deutlich werden und sagen, ja, da liegt der Konflikt mit deiner Mutter. Oder ist das eine Einzelteilgeschichte? Ja, das kann ich nicht sagen. Also sie hat jetzt gerade die Konstellation Mozart-Ton genannt. Und das ist so eine Konstellation, die zumindest bei Frauen die frühkindliche Erfahrung mit sich gebracht hat, dass das gleichgeschlechtliche Elterteil, also die Mutter, keine wahrhaftige, bedingungslose, authentische Liebe dem Kind, der Tochter, gegenüber zeigen konnte. Das Kind ist also in dem Sinne in einer tatsächlichen Lieblosigkeit aufgewachsen. Wenn dieser Klient das so schildert, dass seine Mutter so war, dann hat das nichts mit der Ursache zu tun. Jetzt rechnet man eins und eins zusammen, warum kann das nichts mit der Ursache zu tun? Weil er es ja schon in Gedanken gefasst hat und schon im Drittenquartal... Ja, vor allem, weil die reale Erfahrung mit der Mutter gemacht hat. Und das ist Form, das ist Form, dann sind wir sofort weg von der Ursache. Dann würde die Ursache noch weiter, noch tiefer zurück... Genau. Nehmen wir mal an, der wollte jetzt sagen, ich bin aber jetzt schon seit fünf Jahren bei tausend Astronomen und Therapeuten gewesen, weil ich depressiv bin, dann hätte er eben im Sinne der Depression eine negative Lösung schon gefunden. Und dann könnte er jetzt glauben, das hat was mit seiner Mutter zu tun. Das ist aber falsch. Das Geburtswirt wird uns sagen, und das wäre jetzt fachlich, astrologisch, die Ursachenebene, nach der wir suchen müssen, für Mond, Saturn, machen wir alles. Also wir suchen heute die Ursache, die Ursache, die wir dann sagen? Naja, nicht die Ursache der Ursache, die Ursache der negativen Lösung. Okay, genau. Das Geburtswirt sagt uns das dann. Aber dann werden wir über etwas reden, wovon der nichts weiß. Okay, okay. Ich habe nicht ohne Grund gesagt, über die Ursache der Ebenen zu reden, ist schwierig. Nicht, weil es schwierig ist, auszudrücken, sondern weil wir dann über etwas reden, was zutiefst unbewusst in der Vergangenheit liegt. Und die allermeisten Menschen wissen das nicht. Das hat viele Gründe. Ich will sehen, ob ich da bei Deutungsführer da irgendwie auch nochmal kurz drauf eingehen kann, und warum das generell einfach so ist. Weil dann entsteht auch für diesen Menschen, bleiben wir mal, machen wir über uns erstmal gar keine Gedanken, dann entsteht bei diesem Menschen das große Problem, dass er seine bisherige scheinbar logische Verknüpfung zwischen der Depression und der vermeintlichen Ursache, Mama hat mich nicht lieb gehabt, dass er diese vermeintliche richtige Verknüpfung als falsch erkennen muss. Und dann muss sein Verstand, weil das läuft erstmal alles über den Verstand, in der Regel, dann muss sein Verstand das, was wir ihm dann als Ursache erklären, und das ist ein vollkommen anderer Inhalt in der Regel, dann muss der Verstand das akzeptieren, dass diese Ursache angeblich meine Depression zur Folge hat, und dass es gar nichts mit Mama zu tun hat. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich gebe euch mal ein Beispiel.